Grüß Sieb und herzlich willkommen. Wir sind die Familie Unsinn und ihre Gastgeber hier auf dem Veiterhof. Unser typischer Allgäuer Bauernhof mit Milchviehwirtschaft liegt auf 900 Meter Höhe. Umgeben von Wäldern und Seen im Ortsteil Lachen nahe Nesselwang im wunderschönen Allgäu. Unsere drei Ferienwohnungen sind gemütlich und liebevoll eingerichtet, bieten Platz für zwei bis sechs Personen und sind vom Deutschen Tourismusverband mit drei oder vier Sternen ausgezeichnet. Und sollte mal nicht die Sonne vom Himmel scheinen, ist in unserem Spielekeller für klein und groß einiges geboten. Hier gibt es unzählige Möglichkeiten, einen erlebnisreichen Urlaub zu gestalten. Sei es der Besuch von Schloss Neuschwanstein, zahlreiche Rad- und Wanderwege im Seenland oder man macht sich auf, um auf den Gipfeln des Allgäus die Aussicht zu genießen. Auch für die Kinder jeden Alters gibt es hier viel zu erkunden. Wunderschöne Spielplätze, Erlebniswanderwege, Freizeitparks, Minigolf, Freibäder oder einfach nur den Tag auf dem Feiterhof genießen. Bei uns gibt es viel Platz zum Entspannen, Togen und Spielen. Schaufel, Rutsche, Karussell, Sandkasten, Frampolin, Tischtennis und der große Kinderfuhrpark lassen keine Langeweile aufkommen. Bei der täglichen Arbeit auf dem Hof könnt ihr außerdem mehr über unsere Tiere und die Landwirtschaft erfahren. Wir freuen uns, euch unsere Heimat zu zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020